Rieger Orgelbau ist eine österreichische Orgelbaufirma, die auf das 1845 in Jägerndorf von Franz Rieger gegründete Unternehmen zurückgeht. Seit 1946 hat die Firma ihren Sitz in Schwarzach, Voralberg. Im tschechischen KRNOV, ehemals Jägerndorf, fertigt das Unternehmen Rieger Klos ebenfalls weiter Orgeln. Geschichte 1845 baute Franz Rieger seine erste Orgel, ausgestattet mit 20 Registern, zwei Manuain und einem Pedal, für die Burg Bergkirche in Jägerndorf. Rieger war nach abgeschlossener Lehre bei Franz Seibert in Wien 1844 nach Jägerndorf zurückgekehrt. Seine Söhne Otto Anton und Gustav Rieger gründeten 1873 die Firma Franz Rieger und M. Söhne. Die Seriennummern der Rieger Orgeln begannen bei dieser Gründung wieder neu und der Betrieb expandierte rasch. Der erste Auftrag erreichte die Brüder 1874 aus der Haupt- und Residenzstadt Wien, danach folgten Aufträge aus Ungarn und aus Norwegen. 1878 gelang es den Gebrüdern Rieger, zwei ihrer Salonorgeln auf der Pariser Weltausstellung zu präsentieren. Sie erhielten im Anschluss Aufträge aus Gibraltar, Istanbul, Jerusalem und Rom. Otto und Gustav Rieger wurden 1896 zu K.U.K. Hoflieferanten ernannt, weiters wurden sie 1899 zu Rittern des Franz-Josef-Ordens geschlagen. Otto Rieger wurde auch zum Ritter des St. Gregor-Ordens geschlagen. Um die Jahrhundertwende arbeiteten an die 200 Mitarbeiter im Betrieb, der sich nun Gebrüder Rieger nannte. In diesem Zeitraum begann das Unternehmen als Alternative zum wesentlich billigeren Harmonium, ein Programm von 25 Kleinorgeln, zwischen zwei und zwölf Stimmen ab acht Stimmen auch auf zwei Manua-Ehen, zu entwickeln. Neben der Zentrale in Jägerndorf befand sich auch eine Filiale in Budapest. Nach dem Ersten Weltkrieg fand sich das Unternehmen im tschechischen Staat wieder, es folgte eine schwierige Phase der Anpassung. Während Otto Rieger, der Sohn von Otto Anton, 1920 40-jährig völlig unerwartet starb, übernahm Josef von Glattergötz sieben Wochen nach Ottos Tod die Leitung des Betriebs, den er 1924 auch kaufte. Erst 1925 konnte die Produktion, bei einer Belegschaft von 100 Mitarbeitern, wieder gänzlich aufgenommen werden. 1.938 und 39. fielen der Rieger-Familie 66% des großdeutschen Gesamtexportes zu. In diesen Jahren war Bewegung in die Orgelbaukunst gekommen, die damit verbundene Vielfalt fand ihren Niederschlag auch im Hause Rieger. Orgeln wurden in großer Stückzahl ins Baltikum nach Skandinavien, Südamerika, Südafrika, China und Israel geliefert. Im Laufe der 1930er Jahre stiegen Egon und Josef von Glattergötz in den Betrieb ein. Während sich Josef von Glattergötz vor allem mit der Technik befasste, hatte sein Bruder das Augenmerk auf die klangliche und künstlerische Gestaltung der Instrumente gelegt. Egon von Glattergötz fiel im September 1940 während des Polenfeldzuges. In den Kriegsjahren 1943 bis 1945 wurde der Bau von Orgeln untersagt, in der Firma mussten Munitionsgisten gebaut werden. Schon kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Vorarlberger Orgelbaufirma Anton B. Mann ein Kooperationsangebot an Rieger gerichtet. Deshalb übersiedelte das Unternehmen 1946 nach Schwarzach, Vorarlberg, wo sie die Werkstätten von Anton B. Mann pachtete. Unter schwierigsten Verhältnissen hielt man sich mit dem Bau von Handwebstühlen und Fenstern sowie dem Betrieb einer Sauna über Wasser. 1950 gelang der Sprung über den Atlantik, wo auf der Weltausstellung Chicago ein Positiv mit sechs Registern ausgestellt und anschließend verkauft wurde. Mit der Entwicklung einer Serie von Kleinorgeln schaffte man in den Nachkriegsjahren allmählich den Durchbruch. Mitte 1969 trat der älteste Sohn Kaspar Glattergötz als Betriebsleiter in die Firma ein. Unter seiner Führung wurde 1972 ein neues Betriebsgebäude gebaut und bedeutende Qualitätsverbesserungen, im Besonderen an der mechanischen Traktur durchgeführt, die sehr zum Erfolg der Firma beigetragen haben. Der jüngste Sohn Christoph Glattergötz kam 1977 in die Firma und übernahm den Orgelverkauf von seinem Vater Josef Glattergötz. Ebenfalls 1977 trat der mittlere Sohn Raimund Glattergötz in die Firma ein und widmete sich der Orgelgestaltung. Seine künstlerische Tätigkeit prägte den Stil der Firma bis zu seinem Tod. 1980 trat Josef Glattergötz in den Ruhestand und übergab dem Betrieb seinen Söhn. 1993 verließ Kaspar Glattergötz das Unternehmen und gründete in Owingen, Baden-Württemberg, einen eigenen Betrieb unter seinem Namen. Wend-Elen Eberle übernahm seine Position als Betriebsleiter. Nach dem gesundheitsbedingten Austritt von Christoph Glattergötz 2003 übernahm Wend-Elen Eberle seinen Posten und kurz darauf die gesamte Firma. Heute betreibt Rieger unter anderem ein Projekt, in dem Behinderten eine Ausbildung auf dem Gebiet der Herstellung von Klaviaturen und Mechanikteilen ermöglicht wird. Anfangs baute Rieger typisch deutsch-romantische Orgeln, allerdings sind wenige Originaldispositionen überliefert. Daher kann man über den frühen Stil Riegers wenig sagen, viele von ihnen wurden später verändert und sind daher nicht original erhalten. Anfang des 19. Jahrhunderts kam Rieger mit vergleichsweise wenigen acht Registern aus. Besetzte die Schwellwerke im Gegensatz zur deutsch-romantischen Orgel großzügig und mit vielen Zungen. Nach dem Krieg arbeitete die neue Firma in Schwarzach unter schwersten finanziellen Bedingungen. Sie konnte es sich daher nicht leisten, einen eigenen Stil zu entwickeln. Also zog sie mit den deutschen Firmen und baute in großem Ausmaß neu barocke Instrumente. Doch bereits ab 1965 früher als bei jeder anderen Firma traten die ersten typisch romantischen Schwebungen in den Schwellwerken auf. Was sich mit der Zeit immer weiter häufte, die Zahl der acht Register in den anderen Werken blieben aber klein. Als in den 1970ern das Interesse an den französischen Orgeln stieg, ging Rieger sofort den neuen Weg, baute mehr acht Register und starke französische Bombarden im Pedal statt den sonst typischen Posaunen. Die Verwendung von acht Registern ist bis heute vergleichsweise gering, mehr als vier findet man meist nur im Schwellwerk. Der Stil änderte sich mit der Übernahme durch Eberle noch einmal, die von Christoph Glattergötz häufig gebauten Bombarden wurden seltener. Genau wie die acht Register, die im Oktober 2011 ein geweihter Riegerogel der Jesuitenkirche Sankt. Michael in München mit vier Manuain und 75 Registern zeigt jedoch wieder eine starke Betonung der acht Lage. Auch im neu zu gebauten Schwellwerk Deutsch-Romantische Ausprägung. 1988 erhielt das Unternehmen das Recht, das Staatswappen im Geschäftsverkehr zu führen. Werke